Servus, Moin und Hallo aus Offenhausen im Nürnberger Land. Die Maus feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Und den wollen auch wir feiern mit einem ganz besonderen Online-Familien-Gottesdienst. Mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Religionen und Konfessionen, mit einem besonderen Zug, mit ganz viel Segen und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Und mit einem ganz besonderen, großen Maus-Geburtstagschor. Und dazu brauchen wir genau euch. Wir laden euch ein. Singt für die Maus zum Geburtstag. Wie schön, dass du geboren bist. Tut euch zusammen in der Familie oder allein oder mit Freunden, mit Instrument oder auch ohne. Singt für die Maus. Egal ob zwei oder drei Strophen, egal ob gerade oder vielleicht auch mal schief, laut oder leise, jung oder alt. Singt für uns. Nehmt es auf als ein Video und schickt es an uns. Per Mail oder per WhatsApp. Ein Sendeschluss ist der 28. Februar. Wenn ihr uns das Video zur Verfügung stellt, dann stimmt ihr natürlich zu, dass wir daraus einen Clip herausschneiden und zu einem großen Maus-Geburtstag-Ständchen mit anderen zusammenschneiden. Das gibt dann das große Finale unseres Maus-Geburtstagsgottesdienstes am 7. März. Wir freuen uns auf euch. Eure Ann-Sophie. Und euer Martin. Eure Pfarrer in Offenhausen. 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 Eure Pfarrer in Offenhausen.